Der Titel meines Vortrags, Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit, spielt auf ein Argument von Voltaire für die Toleranz an. Voltaire fragt, was ist Toleranz? Und er antwortet, ich übersetze frei, Toleranz ist eine notwendige Folge der Einsicht, dass wir fehlbare Menschen sind. Irren ist menschlich und wir alle machen dauernd Fehler. So lasst uns denn einander unsere Torheiten verzeihen. Das ist das Grundgesetz des Naturrechts. Voltaire appelliert an unsere intellektuelle Redlichkeit. Wir sollen uns unsere Fehler, unsere Unwissenheit eingestehen. Voltaire weiß wohl, dass es durch und durch überzeugte Fanatiker gibt. Aber ist ihre Überzeugung wirklich durch und durch ehrlich? Haben sie sich selbst ihre Überzeugungen und deren Gründe ehrlich geprüft? Und ist die kritische Selbstprüfung nicht ein Teil aller intellektuellen Redlichkeit? Ist nicht der Fanatismus oft ein Versuch, unsere eigenen uneingestandenen Unglauben, den wir unterdrückt haben und der uns deshalb nur halbbewusst ist, zu übertönen? Voltaires Appell an unsere intellektuelle Bescheidenheit und vor allem sein Appell an unsere intellektuelle Redlichkeit hat zu seiner Zeit großen Eindruck auf die Intellektuellen gemacht. Ich möchte diesen Appell hier erneuern. Voltaire begründet die Toleranz damit, dass wir einander unsere Torheiten verzeihen sollen. Aber eine weit verbreitete Torheit, die der Intoleranz, findet Voltaire mit Recht schwer zu tolerieren. In der Tat, hier hat die Toleranz ihre Grenzen. Wenn wir der Intoleranz den Anspruch zugestehen, toleriert zu werden, dann zerstören wir die Toleranz und den Rechtsstaat. Das war das Schicksal der Weimarer Republik. Aber es gibt außer der Intoleranz noch andere Torheiten, die wir nicht tolerieren dürfen. Vor allem jene Torheit, die die Intellektuellen dazu bringt, mit der letzten Mode zu gehen. Eine Torheit, die viele dazu gebracht hat, in einem dunklen, eindrucksvollen Stil zu schreiben. Dieser Stil der großen, dunklen, eindrucksvollen und unverständlichen, orakelhaften Worte. Diese Schreibweise sollte nicht toleriert werden. Sie ist intellektuell unverantwortlich. Sie zerstört den gesunden Menschenverstand, die Vernunft. Sie macht jene Haltung möglich, die man als Relativismus bezeichnet hat. Diese Haltung führt zu der These, dass alle Thesen intellektuell mehr oder weniger gleich vertretbar sind. Alles ist erlaubt. Daher führt die These des Relativismus offenbar zur Anarchie, zur Rechtlosigkeit und so zur Herrschaft der Gewalt. Ich möchte hier dem Relativismus eine Position gegenüberstellen, die fast immer mit dem Relativismus verwechselt wird, die aber von diesem Grund verschieden ist. Ich habe diese Position oft Pluralismus bezeichnet. Aber das hat eben zu jenen Missverständnissen geführt. Ich will sie deshalb hier als einen kritischen Pluralismus charakterisieren. Während der Relativismus, der aus einer laxen Toleranz entspricht, zur Herrschaft der Gewalt führt, kann der kritische Pluralismus zur Zähmung der Gewalt beitragen. Für die Gegenüberstellung zwischen Relativismus und kritischem Pluralismus ist der Begriff der Wahrheit von entscheidender Bedeutung. Der Relativismus ist die Position, dass man alles behaupten kann oder fast alles und daher nichts. Alles ist wahr oder nichts. Die Wahrheit ist also bedeutungslos. Der kritische Pluralismus ist die Position, dass jede Theorie, je mehr Theorien, desto besser zum Wettbewerb zwischen den Theorien zugelassen werden soll. Dieser Wettbewerb besteht in der rationalen Diskussion der Theorien und in ihrer kritischen Eliminierung. Die Diskussion ist rational und das bedeutet, dass es um die Wahrheit der konkurrierenden Theorien geht. Die Theorie, die in der kritischen Diskussion der Wahrheit näher zu kommen scheint, ist die bessere. Und die bessere Theorie verdrängt die schlechteren Theorien. Es geht also um die Wahrheit. Der Mann, der als erster eine Wahrheitstheorie entwickelte, die die Idee der objektiven Wahrheit mit der Idee unserer grundsätzlichen menschlichen Fehlbarkeit verbindet, war der Forst Sokratiker Xenophanes. Er wurde vermutlich im Jahre Gründer einer Tradition, einer Denkrichtung, zu der unter anderem Sokrates, Montaigne, Erasmus und Voltaire gehörten. Diese Tradition wird manchmal als die der skeptischen Schule bezeichnet. Aber diese Bezeichnung kann leicht zu Missverständnissen führen. Dudens Wörterbuch erklärt Skepsis als Zweifel, Ungläubigkeit und Skeptiker als misstrauischer Mensch. Und das ist offenbar die deutsche Bedeutung des Wortes und die moderne Bedeutung überhaupt. Aber das griechische Verb, von dem sich die deutsche Wortfamilie skeptisch, Skeptiker, Skeptizismus herleitet, bedeutet nicht zweifeln, sondern prüfend betrachten, prüfen, erwägen, untersuchen, suchen, forschen. Unter den Skeptikern im griechischen Sinn des Wortes hat es sicher auch Zweifler und vielleicht auch misstrauische Menschen gegeben. Aber die fatale Gleichsetzung der Worte Skepsis und Zweifel war vermutlich ein Schachzug der stoischen Schule, die ihre Konkurrenten karikieren wollte. Was alle die Mitglieder dieser skeptischen Tradition gemeinsam haben, auch Nikolaus von Kurs, der ein Kardinal war, und Erasmus von Rotterdam. Und was auch ich mit dieser Tradition gemeinsam habe, ist, dass wir unsere menschliche Unwissenheit betonen. Daraus ziehen wir wichtige ethische Konsequenzen. Duldsamkeit, aber keine Duldung der Unduldsamkeit, der Gewalt und der Grausamkeit. Wenn gesagt wird, dass die Naturwissenschaftler vieles wissen, dann ist das zwar richtig, aber das naturwissenschaftliche Wissen ist eben nicht sicheres Wissen. Es ist revidierbar. Es besteht aus überprüfbaren Vermutungen, im besten Fall ungemein streng überprüften Vermutungen, aber doch immer nur aus Vermutungen. Es ist hypothetisches Wissen, Vermutungswissen. Die Prinzipien, die jeder rationalen Diskussion zugrunde liegen, das heißt, jeder Diskussion im Dienste der Wahrheitssuche, sind recht eigentlich ethische Prinzipien. Ich möchte drei solcher Prinzipien angeben. Erstens, das Prinzip der Fehlbarkeit. Vielleicht habe ich Unrecht und vielleicht hast du Recht, aber wir können auch beide Unrecht haben. Zweitens, das Prinzip der vernünftigen Diskussion. Wir wollen versuchen, möglichst unpersönlich unsere Gründe für und wieder eine bestimmte, kritisierbare Theorie abzuwägen. Drittens, das Prinzip der Annäherung an die Wahrheit. Durch eine solche sachliche Diskussion kommen wir fast immer der Wahrheit näher. Und wir kommen zu einem besseren Verständnis, auch dann, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen. Es ist bemerkenswert, dass alle drei Prinzipien erkenntnistheoretische und gleichzeitig ethische Prinzipien sind. Denn sie implizieren unter anderem Duldsamkeit, Toleranz. Wenn ich von dir lernen kann und im Interesse der Wahrheit suche, lernen will, dann muss ich dich nicht nur dulden, sondern als potenziell gleichberechtigt anerkennen. Die potenzielle Einheit und Gleichberechtigung aller Menschen ist eine Voraussetzung unserer Bereitschaft, rational zu diskutieren. Wichtig ist auch das Prinzip, dass wir von einer Diskussion viel lernen können, auch dann, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen. Denn die Diskussion kann uns dazu helfen, über einige unserer Irrtümer klar zu werden. Es liegen also der Naturwissenschaft ethische Prinzipien zugrunde. Die Idee der Wahrheit als das grundlegende, regulative Prinzip ist ein solches ethisches Prinzip. Die Wahrheitssuche und die Annäherung an die Wahrheit ist ein ethisches Prinzip. Und so ist die Idee der intellektuellen Redlichkeit und der Fehlbarkeit, die uns zur selbstkritischen Haltung führt und zur Toleranz.